Hey Leute, Alep hier und das hier ist jetzt ein Tutorial zum sogenannten Up-the-Ladder-Faults-Cut. Das ist der, den ihr jetzt gerade gesehen habt. Das ist ein sogenannter Full-Deck-Retention-Faults-Cut oder auch Blind-Cut genannt. Das bedeutet, dass keine einzige Karte die Reihenfolge ändert im Deck. Und erfunden wurde dieser Cut von Charlie Miller und veröffentlicht in Expert-Cart-Technik in 1940. Und ja, eine Tischunterlage ist hier sehr, sehr von Vorteil. Ein Closer-Pad wäre optimal. Gegebenenfalls geht auch eine dicke Tischdecke oder eine Schaumstoffmatte aus dem Bastelladen. Hauptsache ist, dass ihr das nicht zum Beispiel auf einem glatten Holztisch macht, weil ihr dann Probleme habt, alle Karten mit einem Mal vom Tisch abheben zu können. Ab und zu bleiben dann einzelne Karten. Und vor allem ist dieser Undercut dann deutlich einfacher mit einer Tischunterlage, weil ihr dann etwas Druck nach unten geben könnt und dadurch besser unter die Karten kommt und den Cut selbst etwas besser ausführen könnt. Vorkenntnisse wären gegebenenfalls der Dealers- oder auch Table-Riffle-Shuffle. Das ist aber keine definitive Vorkenntnis. Was ihr auf jeden Fall können müsst, ist der normale Undercut, da dieser False-Cut beinahe nur daraus und einer Variation davon besteht. Also von daher schaut euch am besten das Tutorial dazu an. Das ist natürlich in der Playlist wie immer verlinkt. Ihr habt die gleiche Fingerposition wie beim Dealers- oder Table-Riffle-Shuffle. Ihr habt den Ringfinger und Mittelfinger an der langen Kante recht weit an der Ecke, der kleine Finger ohne viel Kontakt an der kurzen Ecke, Zeigefinger auf dem Backdesign ohne viel Druck und der Daumen schräg an der langen Kante anliegend, auch recht weit an der Ecke. Die andere Hand genau das gleiche, nur in der gespiegelten Version natürlich. Dann macht ihr einen Undercut von ungefähr einem Viertel des Packets und legt dieses Packet oben wieder auf das Deck zurück drauf in dieser leichten Kreisbewegung. Haltet ihr aber einen Thumbrake, das macht ihr ganz einfach, indem ihr auch einen Daumen nehmt, gegen das Deck drückt und dieses Packet einfach nur darüber ablegt und die anderen Finger wieder dazu nehmt. Somit habt ihr hier schon einen Thumbrake und ihr müsst hier auch nicht groß darauf achten, den Thumbrake möglichst klein zu halten, weil ihn jetzt direkt wieder auflöst. Die rechte Hand greift sich jetzt das untenliegende Packet und bringt es in der gleichen Kreisbewegung wie gerade ungefähr zu einem Drittel versetzt nach oben. Ihr müsst mit der Größe des Versatzes einfach herumschauen. Am Anfang solltet ihr einen etwas größeren Versatz wählen und dann am Ende, beziehungsweise während ihr übt, immer kleiner werden. Also ich werde es jetzt für dieses Tutorial extra mal in der Form lassen, damit ihr sehen könnt, wie dieser Versatz hier aussieht. Also sobald ihr das hier draufgelegt habt, greift ihr leicht um. Ihr schnappt euch jetzt nämlich nicht mehr nur das untere Packet, sondern dieses Mittelstück, wo beide Decks überlappen und macht jetzt einen Undercut von dem nach rechts versetzt liegenden Packet und bringt dieses Packet mit dem linken Packet abgeglichen nach oben. Also ihr habt jetzt hier so eine Art Sandwich. Das, was ihr gerade also von unten genommen habt, legt ihr hier hin. Jetzt nehmt ihr das komplette nach rechts herausstehende Packet und bringt es wieder in einem Undercut nach oben und versetzt es wieder und macht jetzt wieder einen Undercut von dem nach rechts versetzt liegenden Packet und bringt es wieder mit dem Rest abgeglichen nach links herausstehend. Und jetzt nehmt ihr euch wieder dieses Packet. Ihr habt also immer einen Undercut, dann einen Undercut von diesem versetzt liegenden Packet und dann bringt ihr dieses Packet wieder nach oben. Und das wiederholt ihr einfach so oft, wie ihr wollt und so viele Karten, wie ihr haben wollt und auch in so einer Größe. Und sobald ihr dann nur noch ein paar Karten verbleibend habt, legt ihr diese ganz einfach oben drauf mit einem normalen Undercut sozusagen. Ja, also kleines Packet, das ist jetzt zum Beispiel sehr klein geworden, so klein solltet ihr das jetzt nicht unbedingt machen. Undercut von diesem Pack seitlich versetzen, Undercut von dem nach rechts liegenden Packet und mit dem linken Packet abgleichen, rechtes Packet komplett nach oben nehmen, Undercut vom rechten Packet nach links versetzt, Komplettes Packet kommt wieder nach oben Und Undercut nach links versetzt, komplett wieder nach oben, Undercut nach links versetzt, komplettes Pack, Cut vollendet. Das wäre es soweit zu den Handgriffen des Up-the-Leader-Faults-Cuts. Ein paar wichtige Tipps wären auch noch, dass ihr während ihr den Cut macht, während einer Performance, einen gewissen Flow in diesen Cut reinbekommt. Also nicht, dass ihr jetzt, wenn ihr den Cut macht, nach jedem einzelnen Cut eine Pause macht, sondern, dass ihr hier einen gewissen Flow reinbekommt. Ja, also dass es wirklich flüssig aussieht, wie ihr die Karten drauflegt. Es sei aber dann auch noch dazu gesagt, ein zweiter Tipp meinerseits, dieser Cut ist doch langsam ausführbar, sieht dann genauso gut aus, nur ihr dürft darin dann keine Unterbrechung haben. Selbst wenn ihr ihn dann langsam ausführt, könnt ihr trotzdem den Zuschauer darin sozusagen bestätigen, dass das Deck durchgemischt wird. Selbst wenn ihr es langsam ausführt, nur ihr dürft keine Unterbrechung drin haben. Dann wirkt es etwas auffällig in meinen Augen. Und ja, das wäre es soweit zu diesem Video, zum Up the Ladder False Cut. Ich hoffe einfach mal, das hat euch gefallen. War aufschlussreich und informativ. Und hier die standardmäßige Endcard. Ich mache natürlich einen kleinen Weg für MysticMagic oder Spielkartenshop.com. Link zum Shop, genau wie zur Facebook-Seite, unten in der Videobeschreibung. Dann auch noch der Link zu meiner Facebook-Seite, meinem Instagram-Profil, der To-Do-Liste und auch noch meiner Deckwahl-Erleichterung, wo alle meine Decks in einer Liste einsortiert sind und anhand einiger Gesichtspunkte sortierbar sind. Dann könnt ihr zum Beispiel ein Deck finden, was ihr persönlich cool findet, was auch dem Geschmack entspricht, was ihr so aber noch nicht kanntet. Und ja, das wäre es dann soweit von mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. See ya!